Wir können Gott nicht verstehen, wenn wir seinen Zorn auf Sünde nicht kennen. Wir können Gott nicht verstehen, wenn wir das Gericht Gottes ausblenden, wenn wir Gottes Grimm, Gottes Zorn auf die Sünde ausblenden. Im Alten Testament lesen wir immer und immer wieder, dass Gott Gehorsam gefordert hat und dafür Segen versprochen hat und dass Gott bei Ungehorsam gestraft hat. Und Gott hat viele Propheten gesendet, die gewarnt haben. Eigentlich lesen wir so viele Geschichten in der Bibel, in denen Gott durch die Propheten warnte. Und in vielen Geschichten steht der Leser fassungslos daneben und fragt sich, wie können die Menschen immer weiter in ihr Unglück laufen? Warum erkennen sie nicht, dass die Tragödie des Ungehorsams kein Happy End hat? Und wenn wir uns all die Geschichten anschauen, dann sehen wir auch, dass es ein immer gleicher Kreislauf ist, aus Ungehorsam und Strafe, dann Buße, Rettung und Wiederherstellung durch Gott, nach dem Leiden. Und dann beginnt das Spiel über die Zeit immer wieder von Neuem, dass der Mensch sich einredet, dass Sünde und Ungehorsam nicht so schlimm seien. Der Mensch erntet, was er sät, Fluch oder Segen. In der Offenbarung wird sehr viel über den Grimm Gottes gesprochen. Lies mal, was dort über die Kälter steht. In Jesaja 63, 2, 6 im Alten Testament steht, Warum ist denn dein Gewand so rotfarben? Sind deine Kleider wie die eines Kältertreters? Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich hatte einen Tag der Rache mir vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer, und ich war bestürzt, dass niemand mir beistand. Da musste mein Arm mir helfen, und mein Zorn stand mir bei. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Offenbarung 14, 17-20 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu. Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde draußen vor der Stadt zertreten und Blut floss von der Kälte bis an die Zäune der Pferde, 1600 Stadien weit. Und die Zäune der Pferde, 16-20